Ihr habt es bestimmt auch gehört, 3G am Arbeitsplatz, das kommt jetzt wohl am 24.11. Was bedeutet das für dich als Arbeitgeber und vor allem, was bedeutet das für dich als Arbeitnehmer? Das erkläre ich hier in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nikon Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Und angesichts der Corona-Situation und den vielen Änderungen im Arbeitsrecht, 3G am Arbeitsplatz, da habe ich natürlich zurzeit mächtig viel zu tun mit ganz, ganz vielen Fragen von Arbeitgebern und auch Arbeitnehmern, was 3G am Arbeitsplatz angeht. Also, was bedeutet das eigentlich? Das wollen wir jetzt hier mal für euch der Reihe nach durchgehen. Ja, 3G am Arbeitsplatz, wie ihr sicher alle schon wisst, heißt, am Arbeitsplatz ist zukünftig jeder geimpft, genesen oder getestet. Das hatten wir in einigen Bereichen in der Vergangenheit schon und das wird jetzt auch am Arbeitsplatz so sein. Also, sprich, wer zur Arbeit möchte und muss zur Arbeitsstätte in den Betrieb, der muss zukünftig geimpft, genesen oder getestet sein. So widersprüchlich das ist, ihr müsst immer noch nicht euren Impfstatus sagen, aber ihr müsst entweder den genesenen Nachweis, den getesteten oder den geimpften Nachweis erbringen. Also, so ein bisschen widersprüchlich ist das natürlich. Das heißt, der Chef, der kann sich natürlich schon Gedanken machen, dass, wenn ihr den Nachweis des Geimpftseins vorlegt, wie euer Impfstatus wohl ist, aber offiziell nachfragen darf er nicht. Also, wer geimpft ist und sagt, ich möchte es aber nicht sagen, der kann auch sich, wie alle anderen, immer sozusagen testen bzw. muss den Testnachweis vorlegen. Ansonsten für Geimpfte einmal der Geimpftnachweis für Genesene, da muss sich der Chef zusätzlich noch notieren, wie ist denn da die Frist, wann war denn die Testung? Also, sprich, da ist ja dieser Fristablauf für Genesene. Ja, und für alle anderen gilt, jeweils vor Arbeitsbeginn muss ein Test da sein bzw. zweimal in der Woche könnt ihr den Arbeitnehmertest mitnehmen. Das heißt, zweimal in der Woche muss ja der Arbeitgeber allen Arbeitnehmern einen Test anbieten. Das heißt, nicht nur den nicht Geimpften und nicht Genesenen, sondern allen. Also, auch wenn du geimpft bist oder du genesen bist, auch dir muss der Arbeitgeber den entsprechenden Test anbieten. Also, sprich, zweimal die Woche können alle, auch die, die nicht geimpft und nicht genesen sind, sagen, ich gehe trotzdem zur Arbeit und nehme eben diese Arbeitgeberangebote dann wahr. Das heißt, in diesem Moment darf man, ja, ausnahmsweise, so muss man es sagen, mal ungetestet auf das Firmengelände, nämlich genau, um dann direkt den Test durchführen zu lassen. Der Test-PCR-Test ist möglich, 48 Stunden oder Schnelltest, kennen wir alle, 24 Stunden. Könnt ihr natürlich auch im Rahmen der Bürgertestung wahrnehmen. Also, sprich, man kann sich so ein bisschen das zusammenpuzzeln. Also, zweimal vom Arbeitgeber, dann der Bürgertest. Aber, wenn ihr fünf Tage die Woche im Betrieb seid, dann ist immer kritisch, ob das mit den Zeiten so passt. 48 Stunden PCR-Test, dann 24 Stunden Schnelltest. Es kann also sein, dass ihr durchaus den einen oder anderen Test selber zahlen müsst. Zahlen müssen ist auch so die richtige, ja, Anschlussfrage, denn viele haben mich gefragt, wie sieht es denn aus, wenn wir so einen Test machen müssen, ist es denn eigentlich Arbeitszeit? Und, ja, wird das schon quasi in der Arbeitszeit gemacht? Nein, es ist eben keine Arbeitszeit und deshalb bekommt ihr für diese Zeit eben auch kein Geld. Es liegt tatsächlich in der Verantwortung des Arbeitnehmers. Das heißt, ihr müsst in dem Fall schon mit dem Test auf der Arbeit erscheinen. Was ist denn nun, wenn ich als Arbeitnehmer nicht geimpft und nicht genesen komme und habe jetzt keinen Test? Und es ist auch keiner dieser zwei Tage, wo mein Arbeitgeber mir den Test anbieten muss. Ja, dann wird es tatsächlich eng, dann darf der Arbeitgeber einen eigentlich gar nicht auf das Betriebsgelände lassen. Eigentlich, ne, kann man eigentlich auch streichen. Der darf einen nicht aufs Betriebsgelände lassen, sonst wird er sich eben Bußgeldpflichtig machen. Also sprich, man muss wohl unverrichteter Dinge wieder nach Hause ziehen. Und das bedeutet, man bekommt auch tatsächlich kein Geld. Ja, und alle diejenigen, die sagen, also ich lasse mich nicht testen, wir beraten da ja auch in unterschiedlichste Richtungen, bei denen muss man sagen, wenn das ein Jahr lange so ein bisschen unklar war, was sind denn dann die Konsequenzen? Ist es dann überhaupt so, dass der Arbeitgeber Konsequenzen verhängen darf oder kommt nicht wieder das Ordnungsamt? Da muss man jetzt sagen, da sind die Formulierungen relativ eindeutig. Dass nämlich gesagt wird, wer also sozusagen diese Testung grundsätzlich verweigert, dem droht dann nicht nur eben, dass er kein Geld bekommt und nicht auf die Arbeit kann, sondern dem droht tatsächlich eine Abmahnung, natürlich erstmal die Abmahnung und dann, wenn es eben sozusagen beharrlich dabei bleibt, ja dann auch wirklich die Kündigung. Also wirklich ganz, ganz unangenehme Rechtsfolgen. Und da Arbeitgeber und Arbeitnehmer also beide mit einem Bußgeld bedroht sind, 25.000 Euro, da ist natürlich schon relativ klar, dass Arbeitgeber das wahrscheinlich ziemlich gut kontrollieren und dass es dann relativ schnell dazu kommt, dass man als Ungeimpfter, Ungenesener und Ungetesteter kein Geld, sondern stattdessen eine Abmahnung und eine Kündigung bekommt. Also muss man sich das wirklich gut überlegen. Das Ganze gilt natürlich für den Betrieb, da wo man eben körperliche Kontakte dann hat, also physische Kontakte, das heißt jetzt nicht, dass ihr wirklich Körperkontakt haben müsst, aber eben, wo ihr Kollegen treffen könnt und ähnliches und da allein die Möglichkeit ausreicht, da gilt das Ganze. Wer natürlich im Homeoffice ist, der hat es gut, der ist da sozusagen raus aus der Nummer, denn zu Hause gilt das natürlich nicht. Jetzt stellt sich mancher vielleicht die Frage, naja, wie war das denn jetzt mit der Homeoffice-Pflicht? Kann man denn da jetzt eine Homeoffice-Pflicht herleiten? Nein, das kann man nicht, aber man muss natürlich sagen, dass grundsätzlich der Arbeitgeber ganz unabhängig von 1, 2 oder 3G verpflichtet ist, seinen Arbeitnehmern aktuell Homeoffice anzubieten. Klar, dazu muss Homeoffice möglich sein. Also wer am Fließband arbeitet oder an der Kasse, dem wird man kaum Homeoffice anbieten können, aber gerade wenn man im Büro arbeitet, dann heißt es so, dass man nur dann als Arbeitgeber das Ganze nicht anbieten muss, wenn zwingende betriebliche Gründe vorliegen. Also zwingend ist schon echt eine Hürde, da muss schon echt was vorliegen, damit man als Arbeitgeber das quasi ablehnen kann. Bei Büroarbeit wird da zum Beispiel genannt, dass man dann den Posteingang oder sowas macht im Betrieb. Ja, und logischerweise, die Post kommt im Betrieb an, da kann man das eben nicht von zu Hause machen. Aber da ist sozusagen für den Arbeitgeber eine sehr, sehr hohe Hürde. Also sprich, für alle, die sagen, Mensch, das möchte ich mir ersparen, die sollten eben gucken, dass sie vielleicht doch mit ihrem Arbeitgeber über Homeoffice reden. Nicht, weil 1, 2 oder 3G da ein Problem ist, sondern weil sie eben sagen, ja, grundsätzlich besteht eben parallel die Homeoffice-Pflicht. Für den Arbeitgeber, für den Arbeitnehmer, da wird auch gesagt, der muss das Angebot annehmen, es sei denn, es liegen Gründe vor. Aber da steht eben nicht zwingende Gründe oder wichtige Gründe, sondern da steht eben nur Gründe. Das heißt, wenn man als Arbeitnehmer sagt, ich habe jetzt aber einen Grund, warum ich nicht zu Hause arbeiten kann und will und möchte, zum Beispiel, weil mich Dritte stören, Kinder, oder weil ich einfach keinen Platz habe oder ähnliches, ja, dann darf man als Arbeitnehmer weiterhin auch ins Büro kommen. Und das Ganze, ja, wisst ihr alle, wird jetzt wohl ab 24. also, ab übermorgen dann gelten, wenn sich Änderungen ergeben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Diskutiert wird ja gerade sogar eine weitergehende Impfpflicht für bestimmte Berufe oder allgemein. Ich halte das alles noch für Spekulationen, aber sobald sich was Neues tut, gerade vielleicht bei Berufen, die dann vielleicht geimpft werden müssen, da kriegt ihr natürlich sofort von uns ein Video. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020